der geht nur sechs minuten und danach gucken wir omar seins direkt okay ich küsse eure herzen we going in was geht ab youtube wir gucken uns roharts vlog an wir sind in miami bruder miami digga ist auch eine geile stadt bruder die musik ist lauter als alles andere hier auf jeden fall haben wir hier sehr 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 krasse exemplare meine freunde ich dachte da kommt jetzt irgendwo krasser wie ich dachte das ist jetzt wirklich crow digga bruder rohrt hat jetzt meinen witz gebracht er hat genau meinen witz gebracht er hat fried feuerstein sein abi gemacht boah digga dein favorite piece ist jetzt mj tricot mj meinst du auch mj ist am gutsten dieses ding kostet mehr als mein leben 125.000 ey rohat hat letztes mal im stream geleakt wie viel er auf dem konto hat ja wie viel waren das noch mal ich glaube 180.000 oder so ich bin mir nicht sicher oder 120.000 oder 186.000 sowas war das ja krass die schule digga er ist 19 geh dich hoch gehen fahrt kann man nicht mehr nehmen er hat die schule geklaut wo denn mit 19 bruder habe ich 180 euro kindergeld bekommen bruder wo sind sie er hat einstein seine formel gemacht g hoch a hoch 1 diese sachen die er uns gerade zeigt das ist so wie so ein museum und das ist real also es ist echt von einstein das ist jetzt kein fake oder ich sag das auch nicht um lustig zu sein das ist wirklich von einstein das ist pithargarus alter ich habe seine mutter wir machen eine witzel wer das ding besser schätzt wer nahrung von schumacher oder ok wir schätzen auch dass der helm von schumacher was schätzt ihr wie teuer dieser helm ist ich schätze diesen helm auf 24.000 euro ich schätze ihn auf 24.000 ok 360 400k 80k huber 80k 120 eine million ok ich habe einen mittel ich habe einen kubel was schätzt du 30.000 ich sage 35 30 ne warte 20 was sagst du hast nicht ich sag 30 das sind zumindest 1 auf 5 ok ich mach 40 marktpreis ist 81.000 euro und droppreis bei timelest war 75 Euro ich glaube er wird uns zwei wo ist eins auseinander nehmen wo spielst du meine mutter ich habe den problem als wenn ihr mich jetzt verastet ich schwöre auf meine mutter 16 stunden flug bruder oder weißt du was das für mich wäre es geht los halb acht geht unser flug und wie spät haben wir jetzt 18 uhr und wir müssen noch eine halbe stunde hinfahren da wird nicht ein donner übrig bleiben nach miami nach mas vegas wir mein ganz geld verzocken also weg sie ich brauche die drei bücher haben sich mal buka frau gespielt fabio dankeschön für stufe eins zum ersten du kommst schon mal gespielt müssen mal probieren eine frage noch anders wie viel geld ist das wie viel geld ist das ich sag's euch auf den euro genau dicker das ist höchstens 1500 euro höchstens bruder 2000 euro mehr nicht bruder mehr nicht bruder fabio digga du bist sehr sympathisch fabio du bist sehr sympathisch fabio vielen vielen dank für die bits ich bin sehr gespannt das sieht auf jeden fall lecker aus flugzeugverhältnisse super essen hummus chicken alles dabei der mann ist die ganze zeit da dran was ist das mann lass das doch dicker passkontrolle jetzt geht's ans eingemachte gucken sie auf einmal alle blöd ist ein kanakka in miami alles geklappt so thank you very much yes man appreciate it man thank you super wer kommt jetzt einfach nicht wenn ich grand spiele 1 zu 1 we need a taxi for four people and a lot of luggage man no problem no problem i got you so verloren ich weiß nicht was gepäck auf englisch heißt digga was heißt gepäck budget nein budget ist nicht gepäck das heißt koffer auf englisch digga kaffee ich wäre so lost bruder ich wäre echt verloren bruder mein englisch ist echt am arsch bruder wala obwohl ich sogar bis zur elften englisch hatte digga und in meinem real abschluss mit 1,6 hatte ich eine 2 in englisch sogar bei der abschlussprüfung das ist über 10 jahre her digga ich und bilo pennen hier zusammen im bett aber ich lieg unten bei 69 also er zeigt mir jetzt wie er wie er sein geschäft macht wie er sein geschäft macht wir sind hier und blocken warum fenster auf wenn du siehst du den ausblick wichtig wichtig und ich habe hier freie fläche und es braucht niemand das kann man einfach ach so du du checkst also du wirst ihm stehen und einfach da drauf weißt du auch einfach da drauf warum liegt die denn alle das ist gemütlich ich kann ja beide so hoch und so Fabio danke für den support also du machst Toilettenpapier auf dem Tisch da hinten ne danach also ich hab hier so eine Notchlorolle ja und wenn du merkst wenn du merkst da kommt dann also so this is a window and I think there are an apartment in Miami Florida and this is the the clothes in the bags and this is animal I forget the name of the animal this is a bird this is a bird who's 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 the name from this bird ähm 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 äh niemals der ist auch nicht Owl Wala der ist nicht Owl er ist Owl niemals Bruder wer sagt Öl heißt die oder wie krank krank dann wirst du weg und dann ach schon ich dachte ihr verarscht mich bei Gott ich weiß nicht wie diese äh ich hab keine Ahnung Bruder Leute schreiben Öl in meinen Chat stinkts Verarschung du gehst da hoch und machst du es danach weg du gehst da hoch wo machst du es danach weg du saß da mal drauf ne nein als du mal hast es da drauf gelesen dann guck mal wie paradiesisch es hier aussieht boah das ist sehr unglaublich paradiesisch sagt er der die beach die sand wow bis 87 ist alles ok sie machen bodyaktivitäten können wir mal darüber reden dass Sidney sagt dass Kars top 3 Filme sind Kars heißt G-Musical und Interstellar naja sag auf Arabisch Interstellar die legendäre Fanta das ist die legendäre Fanta jetzt probiert mal diese Fanta we got this Fanta 2 in Tunisia this is a different Fanta this Fanta color is orange and the German Fanta color is yellow and the taste is big different big big different it's not like it's very much sweet Alhamdulillah Alhamdulillah sag was du davon sagst wisst ihr nach was dir schmeckt was David de Bray thank you very brother for the prime and the first month I kiss your heart ja und auch ein bisschen nach Merinda kennt ihr Merinda ne no nein of course I know Merinda aber super 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 look I like Piccolo from Namek schmeckt wie Merinda he sehr sehr lecker es schmeckt zwar sehr zuckerisch aber super oh oh baaah wie sehr ich war in meinem englischen Film und ich möchte in Amerika gehen weil imagine eine Semi geht in Amerika vielleicht wir können ein Film aus von das das sehr 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 sorry ich gehe ich bin ein Taxi yo Taxi driver ich muss gehen San Diego kann ich mich ich gebe dir 20$ bro hi how you doing bro Kazawi thank you for the gift and for the Falangrong Fensap ich küsste eine das das thanks man opportunity for me you got me so much I am very proud of this and you make great things you